Also Dias werden hier ganz schön gut beschützt ne? Kann man nicht leugnen. Das sind ja richtige Asis. Möchte unbedingt mal ein Schild. Aber ich weiß gerade nicht wirklich. Wie du so ein Dreck baust. Wie du so ein Dreck baust. Weil die Rüstung leidet ja richtig. Manchmal hat das auch gefühlt schon wieder am Sack. So. Das war so ein bisschen nervig. Deswegen weg damit. Und dann können wir auch schon wie lösen. Mein Gott ey. Nix zu tun ey. Das war so ein Dreck baust. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab noch irgendwo Dias gesehen. Irgendwo noch welche. Da oben. Straight nach oben. Hoch. Nur einer. Ne. Zwei. Zwei in dem Fall. Zwei in dem Fall. Jupp. Zwei in dem Fall. Was ein Chaos hier. Was ein pures Chaos. Aber Dias sind gar nicht so schwer zu bekommen. Wie ich es gerade merke. Ich bin immer nur dumm. Mein Gott. Na gut. Ne, äh... da. Ich bin wieder komplett doof. Okay. Gut, gut. Weiter geht's. Wie geht's? Was haben wir denn? Elf Stück. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Geht natürlich immer besser. Aber ich möchte mich natürlich jetzt hier nicht beschweren. Oh, ne. Verpiss dich. Du bist so ein Mistvieh. Hallo. Oh, ich hasse dieses Vieh. Das ist unglaublich. Ah, sind noch mal... ...dias. Boah, ist das riesig hier. Ja, ich wollte doch nur kurz gucken. Ich geh auch schon wieder. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott, Edda. erst mal nach oben und dann schon sagen reicht das für die erste aufnahme einiges wie man sieht das nur so ein bisschen aus noch eine angepfiffen kommt deswegen lieber aufs nummer sicher gehen safety first sterben wollen wir jetzt nicht in den ersten folgen einiges muss ich sagen einiges kurz mein eck ich glaube hier ist Lava unter mir klingt zumindest so ne das wollte ich nicht, kann ja nicht mehr sagen oder mit den scheiß geht das auch und zack das mag er nicht oder muss das immer ne gleiche ne das geht aber mit denen nicht geht das so so dann baue ich mir jetzt noch eine kiste von mir ist eine doppelkiste ich lasse mal den ganzen scheiß hier weg das 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 ne das 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 so ein schild ich weiß nicht wie das nochmal ging ach scheiße ich glaube ich kann es auch gar nicht bauen ich habe nicht genug holz das ist ein problem ich habe keine ahnung wie hallo danke ach ich habe doch keine ahnung ich bin das belassen einfach sein gut ich bin eigentlich trotzdem für die erste eigentlich für die ersten folgen für die ersten sessions wie gesagt das ja eine aufnahme session jetzt für mich gewesen hab ich nicht an ich weiß jetzt nicht das Wort ist bestimmt schon 10 Folgen oder so ich nehm jetzt schon ähm ja eineinhalb Stunden nehm ich auf also da kam schon mal was bei rum aber gut wie weit wir eigentlich schon sind 12 Gears bin ich nicht schlecht ich hoffe euch haben die ersten Folgen gefallen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn wir wieder Minecraft zocken für euch ist es dann denke ich mal der rauffolgende Tag für mich dann hm nächste Woche geht's für mich glaube ich weiter die erste Zeit nicht passt und die Laune natürlich ist gut dann bis zum nächsten Mal